moin moin und hallo heute möchte ich gerne zeigen an einem keyless go system von euren bmw 1er die bereitschaftsmodus und der fahrbereitschaft herstellen können weil es gibt ja kein schlüssel mehr wir sitzen im fahrzeug das fahrzeug ist jetzt aus es ist am schlafen noch nicht ganz wie ihr nämlich seht jetzt jetzt geht es langsam in den schlaf modus über also im prinzip wenn wir jetzt draußen wären das fahrzeug ist abgeschlossen alles cool dann ist das fahrzeug aus und macht alle verbraucher nach und nach aus es schläft dann ein wenn wir aber jetzt den betriebszustand herstellen wollen nicht den fahrzustand sprich wie früher die zündung stufe 1 dann reicht es schon wenn wir das fahrzeug öffnen entweder manuell von innen wenn ihr drin sitzt warum auch immer oder hier durch den schlüssel dann geht oder wacht das fahrzeug schon auf und wie ihr seht sind wir jetzt im ersten betriebszustand jetzt geht die klimaanlage schon an und diverse andere sachen werden schon hoch gefahren denn licht geht an und wir können schon telefonieren radio hören etc um jetzt das fahrzeug aber in den fahrmodus zu bekommen sprich das fahrzeug zu starten müssen wir bei einem automatik getriebe die bremse treten bei einem manuellen getriebe die kupplung treten und dann können wir durch drücken auf den start stopp knopf hier das fahrzeug starten so fahrzeug läuft wie ihr seht und nun können wir natürlich wenn die auto holt funktion an ist oder die parkbremse gelöst angezogen ist können wir auch dann von unserem pedal herab drücken jetzt ist das fahrzeug also fahrbereit und das einzige was wir noch machen müssten wäre hier wieder drücken und den ersten gang anlegen und können los ruschen wenn wir das fahrzeug jetzt ausschalten wollen sprich am ende unserer fahrt also aus dem fahrmodus zurück in den betriebsmodus oder den zündung ein modus weil wir haben ja kein schlüssel mehr der reingesteckt wird dann gehen wir hier auf die park position und oder beim manuellen würden wir dann in einen gang schalten und dann das fahrzeug ausschalten indem wir wieder hier auf unseren knöpfchen drücken und achtet immer darauf auch die parkbremse anziehen ist wichtig damit das fahrzeug erstens durch den p modus vom gegen das weg rollen gesichert ist und ein weiteres mal richtig die bremsen zu hauen damit es gar nicht weg rollt überhaupt nicht weg wollen kann und dann können wir hier das fahrzeug ausschalten jetzt ist der motor aus und wir sind wieder im bereitschaftsmodus um diesen auszukriegen gibt es mehrere möglichkeiten erstens wir öffnen die tür dann geht er auf ganz einfach alternativ wenn ihr nicht aussteigen wollt sondern ein bisschen energie sparen wollt dann geht ihr hier auf diesen knopf drücken halten und warten und nun geht das fahrzeug dann in den schlafmodus über jetzt geht alles nach und nach aus innerhalb der nächsten paar sekunden werden hier auch alle lichter erlischen und das fahrzeug ist demzufolge jetzt nicht mehr fahrbereit und es ist auch nicht mehr bereit um uns komfort zu bieten außer natürlich die mechanischen sachen die hier sind lenkrad anfassen könnt ihr noch ihr könnt noch sitzen bleiben in schönen schalen sitzen etc das geht natürlich alles also ganz einfach ohne schlüssel reinstecken und umdrehen geht es heutzutage auch und zwar wenn ihr von außen die tür öffnet geht es schon in den ich bin fertig zum losfahren modus das einzige was ihr noch machen müsst entweder auf die bremse bei einem automatik getriebe oder die kupplung zu treten und dann den knopf hier neben dem schaltknauf betätigen dann könnt ihr losheizen und wenn ihr fertig seid reicht es parkbremse rein und feststellbremse rein fahrzeug durch den start stopp knopf ausmachen und die tür öffnen denn bei einer öffnung der tür ist es genau das gleiche das fahrzeug wird dann nämlich auch ausgeschaltet ihr seht wenn ich sitze kann ich es auch direkt wieder an lassen das fahrzeug und wenn hier wieder alles in fertig position ist kann ich das fahrzeug auch wieder ausmachen und dann wie gesagt tür öffnen und fahrzeug geht aus ich sage vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gebt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal zun zun